1945 holt mich dann meine Mutter, die in der Nähe von Cichocinic ein kleines Hotel geleitet hat. Mein unehelicher Vater, der verheiratet war in Bayern, hat sie dort hingeholt. Das heißt, meine Mutter war in der Nähe, aber ich lebte nicht mit ihr, sondern in dem Heim. Ich habe sie ab und zu mal gesehen, aber ich habe eigentlich daran ganz wenige Erinnerungen. Meine Erinnerungen sind, mein Haus, mein Heim, meine Eltern oder die Menschen, die mir zugewandt waren, das war dieses Heim mit seinen beiden Schwestern. Da würde ich noch mal kurz einhaken. Wussten Sie denn schon, dass es Ihre Mutter ist, als Sie sie im Heim besuchen kamen, oder war das eine unbekannte Frau? Also an 1940 kann ich mich nicht erinnern, da war ich einjährig, aber später in dem Haus in Cichocinic. Wenn Sie dann mal kamen, übrigens auch mein Erzeuger, der ja nun da auf nationalsozialistischer Tour war, welche Aufgaben er genau hatte, er war nicht in einer höheren Position. Aber, und das habe ich dann später von meiner Mutter erfahren, in diesem kleinen Hotel, was für sie halt ein Arbeitsplatz war, sind immer auch nationalsozialistische Parteigrößen, kleine und große, abgestiegen. Also Cichocinic war ja später die Lazarettstadt, denn er hieß, weil da war sozusagen Kurbetrieb und es gab viele Pensionen und Hotels, sodass sozusagen da ein sehr reger Verkehr war, wenn man so will, zwischen Polen und Deutschen. Ja, ich kannte sie, aber nicht in dem Vertrauen, das ein Kind hat zu seiner Mutter. Das war eine Frau, von der ich wusste, das ist meine Mutter. Manchmal war ich auch in diesem kleinen Hotel, mal sehr selten an einem Wochenende. Aber als dann sozusagen am 17. Januar 1945 der Marschbefehl von Hitler kam, alle sozusagen sollen Polen verlassen, alle Deutschen, tauchte meine Mutter in diesem Waisenhaus auf und sagte, ich will mein Kind, ich will mit ihr fliehen. Ihre Begründung war, beide diese Schwestern wollten eigentlich nicht, denn es war klar, sie würden am nächsten Tag, am 18., 19. Januar, sind die dann auch noch mit Lazarettzügen rausgekommen. Also man kam im Prinzip nicht anders raus, aber wir sind dann eben zum Bahnhof gewandert, ich mit einer mir eigentlich fast fremden Frau, aber ich erinnere das sehr genau, weil ich hatte auf meinem Schlitten, es war eiskalter Winter und auf meinem Schlitten heulend, sozusagen die Kinder, also eigentlich meine Heimat verlassen zu müssen, sehr ungewiss, aber ich hatte auf dem Schlitten meine Geburtstagstorte, das weiß ich noch. Und mit der sind wir dann eben in Hermannsbad Tschechoszeneck zum Bahnhof gegangen. Diese beiden Schwestern waren sehr empört, weil meine Mutter eben bei der Begründung gesagt hat, mit einem Kind flieht es sich leichter. Ich habe das, wenn man das erzählt, erschrecken viele Menschen. Ich habe das später verstanden, weil es stimmt. Objektiv ist es so, wenn man ganz alleine ist, ja, also das, und wir hatten eine, ich war ja für sie eine eher spätgeborene, und letztlich in diesem Moment, und das hat sich dann weiterentwickelt, darüber werden wir ja noch sprechen, war ich eigentlich die einzige Zukunft. Also im Hinblick, wie organisieren wir das? Und ich war eigentlich schon durch die Schulung in einem Heim gelebt zu haben, ein kleines Mädchen, das gut organisieren konnte. Im Heim muss man ja organisieren. Wie kommt man bei 40 Kindern auch an einen Gute-Nacht-Kuss? Wie kommt man denn an einen Gute-Nacht-Kuss? Indem man schön wartet, aber sich auch meldet. Die sind immer abends an den 40 Betten vorbei, und ich erinnere mich, ich war eigentlich ziemlich in der Ecke des großen Schlafsaals und war oft sehr ungeduldig und bin immer in meinem Bett auf- und abgesprungen und bin dann oft durch die Latten gerastert. Aber es war so, dass es eben immer eine Art Gerechtigkeit gab. Es wurde Essen geteilt, es wurde beim Spielen geteilt. Und es wurde gesagt, Kinder im Heim haben nicht das Privileg im Sinne von, ach, meine Eltern sind reicher als deine, oder ich habe dieses Spielzeug. Wir hatten alle das Gleiche. Und insoweit, würde ich von heute sagen, war ich nicht schlecht auf die Flucht und auf Gruppenleben vorbereitet. Also es war mir nicht so ungewöhnlich, nun plötzlich, zwar an der Hand meiner Mutter, aber wieder sozusagen, zunächst sind wir alleine zum Bahnhof, wir wurden dann in einen Güterzug verladen, richtig. Der war offen, das erinnere ich, weil man sah eben immer am Himmel die Flakgeschütze. Es war ja noch Krieg.